hallo und willkommen zurück zu diablo 2 resurrected da wir ja in der letzten folge nichts gefunden haben in der äußeren steppe müssen wir jetzt den gang weiter runter gehen und dann sind wir hier eine ebene der verzweiflung gucken ob wir hier was finden für unsere quest jeden fall wie jede menge action hier so decken wir mal weiter auf hier popolenta vielleicht finden wir hier ein bisschen mehr zauber die gibt es auch nichts starker heilfang nehmen wir mit so gibt es hier was ich denke das ist das ist Hmm. So, welche Pfeiler haben wir denn noch hier? Oh. Können wir wieder einen Satz mitnehmen. Oh, da kommen ein paar. Wir sind aufgestiegen. Oh, da kommen wir wieder einen Satz mitnehmen. Oh, da kommen wir wieder einen Satz mitnehmen. Ob die Stärke auch noch mit dazu zählt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mach da mal ein bisschen mehr da. Weil eigentlich gehört ja die Geschick dazu, wenn ich mit dem Bogen gehe. Oh, ich brauch wirklich mal bessere Waffen. Was machst du, Kollege? Oh, wer bist du? Oh, da kommen wir wieder einen Satz mitnehmen. Oh, da kommen wir wieder einen Satz mitnehmen. Wir müssen noch ein bisschen barbern hier. Ich muss nur gucken, dass mein Kollege drauf geht. Wir machen hier überhaupt kaum Schaden. Nein. Was mache ich? Hä? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich hab ja kein Portal nochmal aufgemacht. Ich hab ja kein Portal nochmal aufgemacht. Da macht er schon wieder ein Portal auf. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich werde mich ganz be VC. Ich werde mich gar nicht arrangern. Oh, wir haben ja gleich Geil, aber eh schon einiges aus, ey Wir retten ja schon noch einiges da drauf, ne, aber irgendwie Ist ja nicht wirklich hier Freut's ja, dass mein Kollege noch das aussehlt, ey Aber wir haben den gleich Was war ja Feier noch Oh ja Ich weiß wo da kulisiert Gucken wir mal schnell Sprech mit Esu als Geist Für Höllenschmiede, okay Tyrael war ein Narr, mir zu vertrauen Ja, ich habe Diablo unseren Brüdern von den Seelensteinen erzählt Und wie man sie zerstört Ich habe die großen Übeln geholfen, in eure Welt zu entfliehen Der Plan, den wir vor so langer Zeit begonnen haben Kann von keinem Sterblichen vereitelt werden Die Hölle selbst wird sich in eure Welt ergießen Wie eine Flutwelle aus Blut und Albträumen Ihr und eure Rasse, ihr seid dem Tod geweiht Das sehen wir dann Noch was? Okay, ich habe mit ihm gesprochen Was machen wir als nächstes? Ah, mit Tyrael reden, okay Okay, da machen wir noch kurz was Für hier Achso Uppala Und so Na gut Lebt wohl hallo erst mal noch verchecken bevor er mit dem quatschen was braucht ihr ich brauche nix du brauchst vielleicht was schaden das ist aber nix genauso wie das nichts mehr ist ich brauche echt einen neuen bogen die machen ja alle bis wenig schaden was haben wir hier blitzwiderstand ja komm mal drin lassen hat man auch unseren letzten mal dran rein der vorletzten mein nicht davon kaufen wir auf jeden fall noch mal ein paar zauber da wir haben neun stück noch ein paar machen cola mehr so wo bist du da dass du iso als gequälter seele frieden gegeben hast möge das licht dich beschützen und mögen die mächte des himmels der entweg erleuchten wenn das stimmt was du mir zählst hat man uns fürchte ich lange an der nase herumgeführt visual hat diablo und seinen brüdern geholfen nicht dazu zu bringen die seelensteine gegen sie zu verwenden nun ist die macht der steine korrumpiert mit der vereinten macht der seelensteine können die großen übel die welt der sterblichen in einen vorposten der hölle verwandeln die stadt der verdammten gibt es erst wieder ein portal da sind wir aber auch nicht die ebene der verzweiflung wir müssen mal gucken wo das ist die stadt so da war ja noch was ach die quest ist schon abgeschlossen okay höllenschmiede da haben wir noch keine quest kann ich denn den eigentlich machen frostfall so das benutze ich ja eher meist mal gut gehen wir mal weiter runter so nada kopulenta ok geht es weiter runter statt der verdammten hier sind wir glaube ich richtig So, könnten das Portal sein. Bürger. Rubenfürst. Wo ist das Portal? Hier ist schonmal kein Portal. Bist du auf der Seite vielleicht? Portal. Ach, die kappten die Hunde aus. Okay. 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 Ich fülle die Maul. Okay. 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 Hier gibt es ein Portal. Ein Portal gratis. Okay. 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 Sobald wir keine Pfeile mehr haben. cool. Okay. Das ist das nicht so. Okay. Wir haben ja kein Portal. Da kommt ein Strand. Ach, diese Hexe. Die Hexe, die Hexe. gut was haben wir eigentlich hier jetzt noch die höllenspiele finden gut dann machen wir das so ich tue hier noch ein bisschen offline weiterkunden und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin